Ich sitze hier allein zu Haus, mein Blick schreibt durch das Fenster hinaus. Ich sehe dich im Nachbarhaus, du Glatz TV. Die Straßen sind leer, mir im Boot was los, der Tag war mal wieder hart. Meine Schritte verhallen, wo bist du bloß? Glotzt du immer noch TV? Mein Schein zerreißt die Nacht, doch die ganze Nation glotzt TV. Ich schau dir in die Augen und ich sage Hallo. Dies ist der Augenblick, an dem der Text einer gründlichen Reflexion unterzogen wird und ich auf einmal feststelle, was für einen Stuss ich da geschrieben habe. Schluss damit!